In diesem Tutorial würde ich euch gerne 5 Tipps geben, die euch dabei helfen werden, mehr Geld durchs Flipping zu verdienen. Und diese Tipps kommen nicht von mir, sondern von meinen Schülern. Und ich habe was wirklich Spannendes geplant, nämlich ich hatte ja bereits auf diesem Kanal mehrere Interviews gepostet mit erfolgreichen Flipping-Schülern und jetzt möchte ich das nochmal ein bisschen tiefgehender behandeln, nämlich die nächsten Interviews, die ich abfilmen werde, werden auch mehr nochmal mit Belegen sein. Nämlich viele von euch hatten ja gefragt, Leon, kannst du nicht mal belegen, wie viel Geld deine Schüler verdient haben oder Leon, kannst du nicht belegen, wie viel Geld du verdient hast? Und wie gesagt, ich bin alles, was ihr sagt, ich bin sehr, sehr offen dafür und werde euch einige Dinge zeigen, die ich sehr gut gemacht habe, sag ich jetzt mal, wo ich gutes Geld verdient habe und möchte aber auch mit den Schülern einfach mal mir gemeinsam anschauen, wie sie denn an Aufträge rangekommen sind, wie viel Geld sie verdient haben und vor allen Dingen, was sie euch dort draußen mitgeben können. Und das, wie gesagt, will ich alles öffentlich, alles kostenlos für euch tun. Die ersten Interviews, ich habe jetzt schon einige angefragt, die sehr gutes Geld mit Flipping verdient haben, sogar eine Person, die jetzt über 8.000 verdient hat innerhalb der letzten drei Wochen und wir werden zusammen eine kleine Art Kurs aufnehmen, die Interviews werden viel, viel länger werden, es wird einfach ein großes Art Webinar sein, wo wir auch wirklich mal uns die Deals anschauen, uns die Strategien anschauen, den E-Mail-Verkehr, ich weiß nicht genau, wie weit wir den veröffentlichen dürfen müssen, aber wie gesagt, einige Sachen schwärzen, aber wenn wir den E-Mail-Verkehr so gut wie nur irgendwie möglich darstellen und einfach mal uns anschauen, welche Sales-Skripte haben funktioniert und so weiter und so fort, das, wie gesagt, werde ich alles kostenfrei rausgeben. Übrigens, wenn du dich auch fürs Flippen interessierst und du würdest gerne ein Flipping-Business aufbauen, kann ich dir folgendes empfehlen. Es gibt, wie gesagt, dieses Flipping-Buch, das ich veröffentlicht habe, in dem zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein eigenes Flipping-Business aufbauen kannst. Ich gebe dir auch einige Tipps zum Thema, welche Plattformen sind sinnvoll, welche Strategien auf den Plattformen sind sinnvoll, wie kannst du jetzt sofort starten, mit Flipping Geld zu verdienen und dieses Buch befindet sich in der Videobeschreibung, dort ist ein Link. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich fünf Tipps, mit denen du mehr Geld beim Flippen verdienen kannst. Und der erste Tipp, und der hört sich jetzt wirklich, wirklich trivial an, aber da ist einfach nur mehr Bewerbung. Wichtig ist, dass man nicht so schnell aufgibt. Es gibt einige von euch, die bisher nicht besonders viel Geld verdient haben mit Flipping. Ich lasse das vielleicht immer so einfach anhören, es ist wirklich harte Arbeit. Man muss sich für viele Aufträge bewerben, einige Sachen werden überhaupt nicht funktionieren, andere Dinge werden sehr gut funktionieren. Und man kann einfach nur sagen, versucht es auch vor allen Dingen durch Quantität. Natürlich sollten die Skripte gut sein, aber ihr müsst nur einiges mal ein Skript ausarbeiten und diese Skripte natürlich an alle potenzielle Auftraggeber weiterschicken. Heißt also, man versucht dann an möglichst viele Auftraggeber, dasselbe Skript rauszuschicken. Das heißt, man wirbt sich wieder und wieder und wieder und wieder und versucht halt so viele Leute wie nur irgendwie möglich zu erreichen. Genau deswegen ist mein Tipp an dich, schreib so viele Bewerbungen wie nur irgendwie möglich, je mehr Bewerbungen desto besser. Dann das zweite, was ich dir sehr empfehlen kann, ist, nimm jederzeit Discounts wahr. Zum Beispiel jetzt gerade auf Fiverr haben sie wieder diesen 10% Discount, Use 10 Time To Do At Checkout. Diese Discounts gibt es immer, immer wieder und genau deswegen kann ich dir folgendes empfehlen. Zum Beispiel auf der Plattform Groupon findest du auch haufenweise Fiverr-Coupons. Oder gib einfach mal bei Google ein, Fiverr-Coupon und du wirst immer wieder Coupons finden. Oder zum Beispiel, lade dir selbst die App Honey runter. Honey ist nochmal eine Chrome Extension, die dir dabei helfen wird, Coupons zu identifizieren. Und du kannst dann diese Coupons praktisch verwenden, um sehr, sehr viel Geld zu sparen und praktisch die Outsourcing-Kosten zu drücken. Für all die Leute, die die App nicht kennen, einfach eingeben Honey, Honey Coupon. Und wenn du das tust, dann wirst du hier, wie gesagt, diese App finden. Honey Automatic Coupons, Promocodes and Deals. Dann das nächste, was ich dir sehr empfehlen kann, ist natürlich Verträge außerhalb von der Plattform zu schließen. Nämlich zum Beispiel in meinem Falle habe ich hier mit einem Icon-Maker, das ist tatsächlich für mein Icon-Business gewesen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch außerhalb von der Plattform, von zum Beispiel Upwork oder Plattformen wie Pros, wo man halt die jetzt generiert, habe ich Verträge mit Leuten geschlossen. Nicht nur auf der Buyer, sondern auch auf der Seller-Seite zum Beispiel. Hier haben wir einen Outsourcing-Partner von mir. Dieser Outsourcing-Partner erstellt für mich praktisch Designs. Das ist jetzt tatsächlich für mein Icon-Business. Ich zeige euch gerne nochmal eine Person, die für mich praktisch Übersetzungen tätigt. Aber auf jeden Fall habe ich mit der Person dir geschlossen. Wir haben einen Vertrag miteinander geschlossen. Und genau, diese Person erstellt mir praktisch jetzt in diesem Falle Icons. Hat für mich auch tatsächlich, glaube ich, schon mal einen Flipping-Auftrag gemacht. Und das Gute ist, indem ich halt einen Vertrag mit dieser Person außerhalb von solchen Plattformen wie Upwork, Fiverr oder was auch immer schließe, kann ich natürlich auch wieder die Kommission, die die Plattform nimmt, drücken. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in diesem Fall sagen, okay, ich gebe dir genauso viel Geld, wie du kriegen würdest, bloß wir nehmen mal die Kommission für die Plattform weg. Und so kann ich halt automatisch auf jeden Deal 10, 20, wenn nicht sogar 30% oder mehr sparen. Dann das Nächste, was ich dir sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Pros. Und das ist nun Tipp Nummer 4. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, Folgendes zu tun, nämlich immer wieder mit solchen Leuten, wie zum Beispiel diesen Firmen, die hier halt die Aufträge posten, Kooperationen zu schließen. Immer eine Bestpreis-Garantie zu geben. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du arbeitest jetzt mit diesen Firmen hier zusammen und diese Firmen geben dir, sagen wir mal, ihre E-Mail-Adresse oder du kontaktierst die Leute über die E-Mail-Adresse. Dann ist es natürlich sinnvoll, diese E-Mail-Adresse einfach mal zu behalten, zum Beispiel Mailchimp oder was auch immer zu integrieren. Hier, wie gesagt, aufpassen mit Double-Opt-In. Aber dass man praktisch zum Beispiel die E-Mail-Adresse in Mailchimp oder was auch immer in jedes andere E-Mail-Programm integriert und dein Newsletter rausschickt, die praktisch einfach nur fragen, haben sie etwas zu tun? Gibt es die Möglichkeit, an weiteren Aufträgen für sie zu arbeiten? Und so weiter und so fort. Und das auf wiederkehrender Basis. Bis halt die Leute mit dir zum Beispiel einen Vertrag machen, wo du zum Beispiel eine genaue Summe definierst, für wie viel Geld du zum Beispiel Übersetzung tätigen würdest oder was auch immer. Nehmen wir zum Beispiel mal so an, du würdest Übersetzung flippen. Also nehmen wir mal an, du würdest Übersetzung flippen. Und du sagst, okay, ich nehme 3 oder 4 Cent pro Wort oder was auch immer, dann ist das super, super billig und kaum einer kann dich unterbieten. Wenn du es aber zum Beispiel outsourcest über solche Plattformen wie Onlinejobs.bh oder Fiverr oder Upwork oder was auch immer, kann es auch sehr gut sein, dass du mal, ja, gerade mal eine Person 0,5 Cent oder 0,2 Cent pro übersetztem Wort zahlst. Und so kannst du selbst für ganz, ganz kleine Beträge, die du eigentlich für ein Wort bekommst, immer noch Margins generieren, die, wenn man viele Wörter übersetzt, zu wirklich großen Margins werden können. Genau deswegen ist mein Tipp an dich, baue auf jeden Fall eine E-Mail-Liste auf, aus den Leuten, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast, weil zum Beispiel bei solchen Firmen hier, die 57 Einträge haben, halt auf solchen Plattformen wie PROS, die wollen nicht 57 Posts machen, die möchten lieber halt eine Person haben oder eine Firma haben, die das für sie für einen super billigen Preis macht und das kannst du sein. Weil man darf nicht vergessen, wenn zum Beispiel hier diese Firmen 57 Einträge machen, müssen sie erst den Eintrag machen, müssen sich dann den ganzen E-Mail-Verkehr kümmern und dann die Arbeiten rausschicken und so weiter und so fort. Auch für diese Firmen ist es viel, viel einfacher, wenn sie einfach einen direkten Ansprechpartner haben, der ihnen eine Bestpreisgarantie liefert und wenn dem so ist, wenn du immer eine Bestpreisgarantie lieferst, was sollen sie denn sagen? Dann sagen sie, okay, ich suche eine andere Person, wo ich noch mehr Aufwand habe und wo mich das Ganze mehr Geld kostet, macht natürlich gar keinen Sinn. Genau deswegen würde ich ja mit den Leuten eine Kooperation schließen, beziehungsweise würde probieren, eine Kooperation zu schließen, indem ich halt zum Beispiel deren E-Mail-Adresse, über die ich sie kontaktiert habe, in einen Newsletter mit rein integriere, sodass sie halt E-Mails von mir bekommen, die nochmal praktisch sie daran erinnern, dass wir ja existieren und ob wir nicht zusammen eine Kooperation machen könnten, weil du ja immer die Bestpreisgarantie lieferst. Und dann der fünfte Tipp ist natürlich auch nochmal den E-Mail-Verkehr zu outsourcen, nämlich du wirst vor allen Dingen, wenn du flippst, sehr, sehr viel E-Mail-Verkehr haben. Das heißt, du wirst sehr viel schreiben mit Leuten, du wirst vor allen Dingen auch warten auf Antworten, manchmal kann das ewig dauern und dann musst du dich erinnern, ach Mensch, das war der Auftrag oder dies war der Auftrag. Genau deswegen sage ich immer, lass dir zum Beispiel eigentlich einen E-Mail-Verkehr von einer anderen Person machen, sonst wird das irgendwann mal zu viel, gerade wenn du dich für vielleicht 50 Aufträge am Tag bewirbst, dann sind es 1500 Aufträge im Monat, was übrigens gar nicht mal so unrealistisch ist, da kannst du einfach nicht mit jeder Person schreiben. Das ist absolut unmöglich. Hol dir lieber eine Person, die das für dich für einen sehr günstigen Betrag macht. Aber gut, das waren jetzt praktisch die fünf Tipps. Der erste Tipp war natürlich mehr Bewertungen generieren. Es ist immer sinnvoll, mehr Bewerbungen erstellen praktisch. Es ist immer sinnvoll, wenn man möglichst viele Bewerbungen rausschickt. Dann das zweite ist natürlich, dass du probieren solltest, möglichst viele Discounts zu verwenden, zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Fiverr, Upwork oder, und ich glaube, das gibt es aber nicht, auf der Plattform onlinejobs.ph. Da musst du mal schauen, ob du da irgendwelche Coupons findest. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt da keine Webseite finde, die Coupons für onlinejobs.ph rausgibt. Dann das dritte ist natürlich, Verträge außerhalb von den Plattformen zu schließen. Das heißt, nicht nur, sage ich jetzt mal, auf der Plattform Fiverr-Deals zu machen oder auf Upwork oder wo auch immer, sondern einfach, dass man natürlich auch mal Verträge schließen sollte außerhalb von diesen Plattformen, um einfach die Kommission zu drücken. Dann natürlich auch nochmal E-Mail-Listen aufbauen. Das ist der vierte Tipp. Probieren über E-Mail-Listen zu verkaufen. Das heißt, praktisch Kooperationen zu schließen mit Firmen, die immer wieder Aufträge an dich weitergeben. Und dann natürlich der fünfte Punkt ist auch nochmal, den E-Mail-Verkehr outzusourcen. Du kannst einfach irgendwann nicht mehr all diese E-Mails schreiben. Und genau deswegen ist es halt sinnvoll zu sagen, okay, ich stelle lieber eine Person an, die das Ganze für mich macht. Ich zahle dir ein paar Dollar die Stunde. Du kannst es auch gerne von einer Person managen lassen, die vielleicht gerade zwei, drei Dollar die Stunde bekommt. Und so kannst du eine Person zum Beispiel mal zwei Stunden am Tag anstellen, zahlst er für sechs Dollar. Zack, wenn du die fünf Tage die Woche anstellst, 30 Dollar die Woche, ungefähr 120 Monate, das ist absolut gar nichts. Wenn du halt zum Beispiel schon mit einem Auftrag mal eine Huni bekommst oder was auch immer. Und du kannst diese Person zum Beispiel auch das gesamte Outsourcing machen lassen. Das heißt, das Einzige, was du wirklich nur noch tust, ist die Bewerbung abzuschicken und dann nach die Sintflut. Und die Person, die dann praktisch den E-Mail-Verkehr praktisch macht, die übernimmt dann zum Beispiel auch das Outsourcen von den eigentlichen Aufträgen. Das heißt, du könntest selbst dein Outsourcing-Unternehmen, dein Flipping-Unternehmen sehr, sehr stark outsourcen. Ich kann dir, wie gesagt, empfehlen, das Flipping-Buch dir zu holen. Ein Link zum Flipping-Buch befindet sich in der Videobeschreibung. Ich zeige dir ganz genau, wie du in diesem Flipping-Buch, ich zeige dir ganz genau, wie du mit diesem Flipping-Buch dir ein erfolgreiches Flipping-Unternehmen aufbauen kannst. Ich denke, es ist eine der besten Chancen überhaupt, online Geld zu verdienen. Es ist ein Weg, sehr schnell Geld zu verdienen oder halt auch über den Long-Term sich wiederkehrendes Einkommen aufzubauen. Gerade natürlich ist es super, wenn du Kooperationen hast, weil du dann halt echte Vertriebspartner hast, echte Partner, die dir sehr, sehr gutes Geld einbringen können. Gebt nicht auf für all die Leute, die bereits das Flipping-Coaching gebucht haben und bisher noch keinen Erfolg haben. Ich bin, wie gesagt, für euch da. Versucht wirklich für euch so viele Aufträge wie nur irgendwie möglich zu bewerben. Und glaubt mir, wenn ihr euch halt für viele Aufträge bewirbt und euer Skriptverbesserheit immer wieder dran bleibt, dann werdet ihr sehr, sehr gutes Geld mit Flipping verdienen können. Ich werde, wie gesagt, noch weitere Interviews machen mit Leuten, die bereits sehr gutes Geld mit Flipping verdient haben. Ich werde sie sehr viel tiefer gehender machen, sodass ihr halt wirklich die besten Infos nur wie nur irgendwie möglich bekommt. Und das, wie gesagt, wird komplett kostenfrei an euch rausgegeben. Aber gut, vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Tutorial angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Tutorials wiedersehen können.